So, los geht das hier. Ich hab keine BG-Addons mehr, haben die Heiler? Keine Ahnung. Zwei Monk und Dulu. Erstmal Frostfeuer und Dulu. Wiesler und Blitzer. Ich bin betäubt. Ist auch nicht gut. Ich hab die mittlere Lohre. Da ist ein Heel, ich seh ein Heel. Ich bin an dem Heel dran. Ich auch. Boah, Junge, ich schmetter dem komplett die Scheiße aus dem Dein. Der kriegt jetzt Chaos-Blitze in seine Fresse. Alter, er hat gar keinen Bock auf uns. Wie er weg springt, wie er weg springt, die Ratte. Guck's dir an? Weg mit dem! Verreckt! Ja, Hurensohn, Junge. Jetzt gleich auf den Monk wechseln. Wo ist er denn? Wo ist denn hier ein Monk? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da, wo meine Höhenbeste hinweist. Hier ist ein D.H. Ach, scheiß drauf, der Monk ist tot. Scheiß drauf. Der Monk ist weg, Junge. Der D.H. auch. Geil. Wo ist hier noch was? Der Shadow. Junge, war das ein Chaos-Blit. Funktion. Freudentropfen in der Hose, Junge. Das geht's ja. Die sterben hier alle. Ich will auch einen Kill. Da, der Monk. Ja, eine Böe. Nicht mehr geschafft. So sad. Okay, das war leicht zerrömmelt. Ich bin so langsam als DK, als Frostficker, Mann. Als unheiliges wenigstens überall noch ein Ghoul rumhüpfen, so. Das war schon so kurz vor Orgasmus, muss ich sagen. Ja, das hat man aber gar nicht gemerkt, eigentlich. Okay. Ich bin ja zufrieden. Just a prank. Heiß ich nicht einen Todesgriff? Ja, gut. Geil, Mann. Chaos blitzt in deine Fresse. Doch, der Heiler hier. Das sind doch beide Heiler, oder? Nee, das eine ist ein Demon Hunter. Baby Frostfirm. Bam. Bam. Komm, haut den Highlight. Wo ist denn der? Ich komme nicht ran an den. Da ist doch der Verbrecher. Da mit der... Gibt es ja schön auslöschen und Froststöße. Chaos blitzt, Junge. Butz. Zack und weg ist sie gerade. Sehr, sehr schön. So, nächstes Ziel. Krieger kommt hier rein. Bam, Junge. Wie, das war deiner? Ja, ich habe den abgesnackt, Alter. Ich habe abgesnackt. Schön die Suppe absnacken, Junge. Bam. Einmal drüber, einmal drüber geleckt. So, da hinten ist auch noch eine Lore. Das ist meine Lore. Da reitet doch wer. Das ist schon wieder ein Magnator, den haben wir doch gerade zerrissen. Oh, da kommen einige von unten. Ja, das sind auch unsere. Hä? Gibt es hier Gegner? Chaos blitzt. Oh, das tut mir leid. Ja, es war eigentlich Karma-Berührung, aber für unseren Schami war es in diesem Sinne schon Berührung des Todes auch, ja. Stopp, Alter. Oh, ich habe hier Probleme. Wo denn? Bin auf dem Weg. Bin gleich da. Ja, hinterlassen eine Schneise der Zerstörung. Bam, auslöschen. Bam, auslöschen. Oh, oh, oh. Leichter sieben. Kommst du etwa mit einem Heimung nicht klar? Mücke töten, die hier gerade rumbräuchelt sind. Ach so, die RL-Mücke. Sehr gut gemacht. Reitet RL-Mücke? Den Monk-Heiler habe ich jetzt hier. Ja, ich brauche hier mal Unterstützung. Ich bin so scheiße langsam, Mann. Ich mount jetzt auf. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich bin verbannt. So, der ist auch tot. Was ist da oben noch? Das steht da auch noch. Das ist hier ein Heiler hier. Bam, Babyfrost. Bats. Bats. Oh, ist das geil. Der DH, der hat mich richtig lieb hier. Komm mit. Ich bin beim Monk gerade. Boah, eben Stun gegrappt. Das war ja geil, Junge. Den Stun erst zugelassen. Schön rausgekickt, Junge. Können wir den DH mal wegklatschen? Der nervt. Ja, aber hier ist doch noch ein Heiler. Frostwurm drüber. Nee, das ist nicht der Heiler. Das hier ist nicht der Heiler? Nee. Nee, das ist der Heiler. Ich hätte schwören können, das ist der Heiler. Aber jetzt, wo es sagt, ja, macht das auch erschreckend Sinn. Ich könnte schwören, der hat ja heilt, als ich ankam. Aber gut. Ja gut, das kann auch sein. Ja, alles, was irgendwie ansatzweise ein Heiler-Zauber-Cast ist, muss halt einfach zerlötet werden. Das nutzt ja alles nicht. Das ist richtig. Das ist ja... Da hat er wahr. Hat er wahr. Können wir da links mal hochgucken? Äh, ja. Habt ihr gelesen, dass The Love Parade wiederkommt? Was? Ja. Alter, er stand mich. Wollen wir da nicht jetzt machen. Was das sind Penner? Lecken nicht. Aber unter anderem Namen oder so, ne? Ich weiß es ehrlich, er sucht jetzt Stress hier. Ist das sein Ernst? Ich weiß noch nicht, ob das sein Ernst ist. Weiß jetzt ein Ernst? Ich weiß jetzt ein Ernst. Alles eine Deutsch, Junge. Crafts machst du dir alleine oder soll ich unehrenhaft helfen? Also, er hat eigentlich in mich engaged, aber er ist schon wieder dabei abzuhauen, auf jeden Fall. Oh Mann, was für eine Mutti. Nur weil der Hexer mit Berzibuff und Chaosblitzen aus der Ecke kommen. Chaosblitzen, Junge! Oh, der fliegt noch, der fliegt noch, der fliegt noch. Jawohl. Ich falte mal den Decay, wird sich schon kein Hexer von oben auf mich stürzen, aber zack, auf einmal Fliegeralarm in der ganzen Stadt. Boom. So, da ist der Igel. Die Chaos. Oh, hier sind viele, hier sind viele bei der rechten Lohre. Alles immer, ey, rausgehauen, die ist schon wieder irgendwer. Ist das derselbe? Nee, das ist ein Schurke. Ach Mann. Ja, das Ding nach oben umgeleitet. Das auch nicht. Wollen wir da mal ran? Ich falte die auch gerade noch den Schurken. Wenn der irgendwann mal aufhört zu entrinnen, dann machen wir den auch in zwei Sekunden. Aber irgendwie ist er der Meister des Def-CDs gewesen. So. Wir kommen jetzt auch nach links und dieser vorranste Hunter mit seinem Tötungsbefehl klaut mir einfach jeden meiner Kills. Da möchte ich vor Wut wirklich kacken. Hier ist schon wieder der Monk. Ich sehe den überall, wirklich. Der ist jetzt Elite geworden. Silvio. 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 Da ist er wieder. Kriegst du einen Hals. Zack, ein bisschen Tempo-Schmuck. Galoppa, galoppa. Hör doch mal auf mich oder zu unterbrechen, ey Bastard. Ich werde hier immer als einzig so gestunt und alle anderen können kein Essen. Lass das mal tauschen. Ich werde auch gestunt die ganze Zeit. Ja, aber nicht anders. Putz, Junge. Anders gestunt werden. So, haben wir die auch. Ich mag die Lore. Ja. Das möchte ich bitte als Sub-Sound. Bei dir? Ne, bei dir. Achso. Ja, das Ding ist, es könnte auch passen, ne? Ja, deswegen ja. Lorelei und also hier sind das rechts doch jetzt aber der Heiler, oder? Das rechts ist ein Heiler, der Weasler. Ich habe irgendwie überhaupt keine PvP-Adams mehr, aber ich rieche die ja anscheinend. Manchmal rieche ich sie auch falsch, aber... Das sind zwei Heiler. Oh ja, der muss mich im Stunnen und zurückkicken. Ja, komm, ey, wirklich eisige Gegenwehr, komm, fuck it, diese reulige Missratte. Jetzt ist er out of range mit seinen Wucherwurzelgeschissen hier. Das gibt's doch nicht. Lasst euch doch einfach mal töten, ihr Nullen. Was ist denn dieser hässliche Monk hier von mir? So Gradosa drüber, zack, und der ist wieder voll. Was geht mit denen jetzt hier? Beruhigt euch doch mal. Der Monk stresst mich nur ganz leicht. Ja, ich bin ja an dem Dudu ran. Ich komme nicht mal mehr an den Dudu ran. Piss dich, Junge. Ich bin ein neues Lord, so. Jetzt den verfolge ich jetzt bis ans Ende seiner Tage, ist mir scheißegal. Na, ich höre mir schnell mal einen Bersi-Buff. Der kickt mich hier doch jetzt runter gleich, ich rieche das doch. Ja, ich habe unaufhaltsamer Tod an mit deinem scheiß Vortex. Komm wieder her, komm wieder her. Schön das Bärchen zurückgezogen. Die miese Sau. Und er läuft in meinen Chaos-Board-Range. Putz. Putz, Junge. Oh, jetzt, da hat er auch nicht so Lust drauf. Da hat er echt keinen Bock drauf. Kicken wir auch nochmal schön hier das Nachwachsen. Oh, jetzt noch fällig. Jetzt noch fällig. Come on, come on, wir angestellt. Ja, come on. Da fliegt er. Was lange wert wird, endlich Blitz. Sehr schön. So, Babyfrostwurm. Ich habe mir den Babyfrostwurm-Trade ein bisschen geiler auch vorgestellt. Aber willst du machen, ja, steckst du manchmal nicht drin. Chaos-Board. Chaos-Board. Ja. Noch mehr. Oh nein, ich verreck gleich. Irgendwas macht mir Schaden. Ich glaube, es ist Wolf. Ja. Oder Todesstöße mehr mit rein hier in den Shit. Zack, den mal eben. Und noch einen hier. Ja, der verabschiedet. Tschüss. Auch gleich. So, schönes Ding. Schön. Lol, er hat zwar kackt, er wollte mich runtergehen. Er hat zwar schissen. Scheiße. Ach, Mann, zu früh gefreut. Ich reiße ihn mit runter. Er ist tot. Seine Leiche reiße ich mit runter. Die ärgern mich alle. Das ist nicht nett. Das ist alles nicht nett. Was macht Tobi eigentlich so in der Zeit? Ich bring die Lore hier die ganze Zeit rein. Schön. Wir haben es. Juhu. 12 Vollstöße. Ich habe Kills, Junge. Jawohl. Ich habe den Leder her. Ich habe sogar drei Kills abgestaubt. Das ist ein 6,3 Millionen Schaden. Junge. Es ist schon Sahne. Ja, da bin ich auch fast bei vier dabei. Ich bin dafür, dass DK einfach auch einen Chaosblitz bekommt. Auf jeden Fall. Ich bin für ein Schaden. Vielen Dank.